Ich spiele selbst viel Orchester und war natürlich auch schon mal in der Elbphilmonie ab Karten ergattert. Und wir haben gesehen, dass es Schulkonzerte gibt letzten Sommer. Und da haben wir uns tatsächlich mal verabredet als Musikkollegium und haben gesagt, da wollen wir mit möglichst vielen Schülern von unserer Schule hin. Ganz viele Hamburger Schüler sollten die Gelegenheit haben, hier reinzukommen in den tollen Saal. Und natürlich gibt es ganz viele Hemmungen, überhaupt in ein Konzert zu gehen. Und viele waren noch nie im Konzert. Und je früher man anfängt, ins Konzert zu gehen, desto mehr gehen die Schüler später auch ins Konzert. Die Haspa Musikstiftung ermöglicht uns, die Schulkonzerte in dieser Bandbreite überhaupt das zu machen. Die Einnahmen sind ganz klein, weil die Tickets kosten ein paar Euro. Und dass die Haspa da mit ihrer Musikstiftung so nachhaltig einsteigt, ist eine große, große Hilfe. Ich fand es sehr schön, weil es war halt Musik von den Hamburger Symphonischen. Und man kann dieses wie ein Fußballspiel sozusagen aufgebaut haben, indem sie halt verschiedene Lieder gegeneinander sozusagen gespielt haben. Ich fand es sehr schön aufgebaut und es war sehr symphonisch. Mir hat besonders gut gefallen der große Saal durch seine tolle Akustik. Und dadurch, dass man sehr gut saß und alles gesehen hat, egal wo man starrt. Wir besprechen nochmal tatsächlich, was haben wir eigentlich gehört für Stücke. Und Instrumente haben wir doch gar nicht so richtig besprochen, aber das greifen wir jetzt nochmal auf, einfach zu gucken. Die meisten haben jetzt eigentlich alle Instrumente erkannt.